Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich muss wieder eine 10 Minuten Folge machen, weil ich öfter besetzt im letzten Telefonat, deswegen mache ich jetzt noch mal eine 10 Minuten Folge, um halt ein bisschen Zeit zu schaffen. So. Du, 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 du. Ich mache das übrigens mit Absicht, dass ich hier jetzt eine ganze Menge Kahl schlage, damit ich Platz habe. Dam, 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 ich schlag alles Stein raus. Dann können wir die Flüsse reinbauen. Ich bin wieder voll mit komischem Zeug. Ich schmeiße das Kies einfach weg. Das reicht nicht. Aha. Okay. Es gibt nur eins zu tun. Hochfliegen. Also die letzte Etappe wird es auf jeden Fall sein, die letzte Ebene fertig zu kriegen. Alter, der will nicht schnell. Dittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Dum 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 ich find das geil ich find's gut gut die sind auch alle fertig falls ich welche brauche Du 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 So. So. Ich denke mal ich fange einfach mal hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das reicht nicht. Scheiße. Hey, wissen, wissen. Ich brauche Holz. Ich muss Fackeln haben. Fliege ich denn schneller? Ja, ich fliege schneller. So, da sind wir. Klar, ich hätte mich auch teleportieren können. Ich glaube, das ging so noch schneller. Aber was ich brauche sind Stickies. Jetzt sind die paar Werkzeuge drin. Ah, da habe ich noch welche. Cool. Ah, da habe ich sogar noch Fackeln. Cool. Da brauche ich auch keine Sticks mehr. Danke. Nee. Wie lange er braucht, das aufzubauen? Nee. So, da bin ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. acht neun zehn eins zwei drei vier fünf ich glaube übrigens bei einem würden wir wahrscheinlich ein Problem haben eins zwei drei ja und zwar wenn wir ein Problem kriegen bei hoch bei der Wand wo es nachher draußen geht da muss ich aufpassen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn eins zwei drei vier fünf sechs sieben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht scheiße verzählt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun blop eins zwei drei vier fünf was ist das schon zehn zwanzig ja eins zwei drei gut langt das schmeckt mir so hoch erschrocken was ist denn hier los mein handy macht ein oh gott mein handy hat ein schrei ausgesprochen das war werbung man glaubt es kaum ich habe werbung bekommen cool das geil ist ich kriege es auf zwei ebenen ich habe das so eingestellt dass ich das auf dem handy und auf dem tablet bekomme ja ich habe ein tablet gekauft ist nie lange her muss ich sagen hammergeil was ist mit meiner maus los eins zwei zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun oh oh zehn hört ihr lava mr la mr la lava mr lava lava yeah sehe ich das richtig ja gut ich glaube ich habe da noch Platz für eine weitere Ebene gelassen ne eins zwei drei ne das ist kein Platz mehr für eine Ebene so zehn eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn eins fünf vier fünf plopp plopp hm 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 Ich habe nichts getrunken, deswegen ist meine Stimme total scheiße. Scheiße. Ja, 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 ja. So, plopp. Machen wir alles fertig. Dann sind wir ja auch durch. So, 10 Minuten sind rum. Ich muss jetzt leider sagen, schon vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache mal ein geiles Bild von der Ebene hier. Da einfach hier so von diesem Loch. So, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Dann geht es weiter. Danke, tschüss und bis dann. Bye, bye. Dann geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020